Hallo meine Lieben, ich grüße euch zur neuen Tagesbotschaft für den 30.04.2023. Wir schauen, welche Energien heute wichtig werden. Ihr bedenkt bitte, Zeit ist fließend und ihr bedenkt auch bitte, dass die Energien allgemein sind. Das heißt, die Energien können, müssen aber nicht mit euch in Resonanz gehen. Wir schauen, was wird an dem 30.04.wichtig fürs Kollektiv. Was wird an dem 30.04.2023 für das Kollektiv wichtig? So, dann nähen wir die doch alle. Also wir haben hier die 6 der Scheiben. Wir haben hier den Magier, wir haben hier den Parsche der Kelcher. Dann ist rausgesprungen der Turm. Hier haben wir die 4 der Stäbe. Hier haben wir die 2 der Kelcher. Und an der Unterseite zeigt sich der Ritter der Kelcher. Na holla! Versöhnung, Entgegenkommen, Ausgleich, Faszination. Irgendetwas kommt hier sehr, sehr plötzlich. Aber das, also ich fange mal hier mit dem Turm an. Weil der Turm ist eigentlich immer so ein Schockmoment. Etwas passiert hier relativ unerwartet. Etwas, was ihr wahrscheinlich dachtet, dass es gut sein könnte, könnte hier auf einmal zusammenbrechen. In Verbindung mit positiven Karten ist es für mich aber eher dieser plötzliche Moment, mit dem ihr nicht rechnet. Und zwar in Verbindung heute hier mit den Karten eher auf sehr ein oder auf ein sehr harmonisches, liebevolles, ausgleichendes System. Das heißt, ihr könntet euch heute hier eventuell mit liebevollen Menschen treffen oder ihr bekommt hier Einladung, Entgegenkommen, Versöhnung. Wir haben Zusammenkunft, wir haben ein ausgleichendes Prinzip, wir haben eine Faszination. Der Magier bedeutet, dass etwas, ja etwas verwandelt wird. Das ist die Karte des Alchemisten, etwas wird verwandelt. Es könnte sich hier um Familienangelegenheiten handeln. Wir haben hier den Ritter der Kelche, wir haben den Paget der Kelche, wir haben die Zwei der Kelche. Das sind alles Versöhnungsenergien, Entgegenkommen, Flirt, Kennenlernen, sich wieder zusammentun. Wir haben hier die Vier der Stäbe, das ist die Hochzeitkarte. Also tatsächlich hier auch wirklich eine Energie, wo man sagt, ich bin mit den Menschen zusammen, bei denen ich mich auch wohlfühle. Und es kann sein, dass ihr aber gar nicht damit rechnet, weil der Turm steht hier für diese plötzlichen Ereignisse. Und es kann wirklich gut sein, dass ihr heute hier Nachrichten oder Situationen erlebt, also Nachrichten bekommt und Situationen erlebt, in denen ganz viel liebevolle Energien herrschen, Versöhnung entgegenkommen, Angebote, Möglichkeiten. Ja, wo etwas, womit ihr nicht gerechnet habt, in einen wundervollen Ausgleich kommt. Es kann auch sein, dass ihr hier Hilfe und Unterstützung bekommt. Es kann sein, dass ihr jemand anderen unterstützt. Auf jeden Fall ist das hier eine Tagesbotschaft, bei der ich sagen kann, rechnet wirklich mit schönen Zeiten. Vielleicht trifft man sich mit Familie oder man bekommt eine Einladung aus der Familie oder von eurem Gegenüber, von eurem Herzensmenschen. Man trifft sich mit Freunden. Bei dem einen oder anderen kann es auch tatsächlich sein, dass man euch aus heiterem Himmel einen Heiratsantrag macht. Also das wäre ja auch, eine Deutungsmöglichkeit wird sicherlich nicht auf jeden zutreffen, aber es wäre auch eine Deutungsmöglichkeit bei diesen Körben. Ja, es kann auch bei dem einen oder anderen sein, dass man hier plötzlich jemand Neuen kennenlernt im Bereich der Liebe oder dass hier wirklich ein Herzmensch nochmal sich auf euch zubewegt, auch wieder passend zum rückläufigen Merkur. Und ja, rechnet hier wirklich mit plötzlichen Ereignissen. Und ich habe auch das Gefühl, wenn es hier um Versöhnung und Entgegenkommen geht, was euch so ein bisschen wie aus heiterem Himmel trifft, wehrt das nicht gleich ab. Hört euch wirklich an, was euer Gegenüber zu sagen hat. Das würden hier die Karten zumindest empfehlen, weil durch diese Energie oder durch dieses Gespräch oder durch dieses Entgegenkommen könntet ihr hier die Chance für euch bekommen, auch wieder in eine für euch bessere emotionale Verfassung zu kommen, weil man hier eben einen Ausgleich erhält für Dinge, die eventuell in der Vergangenheit nicht gut gelaufen sind. Also hört euch ruhig an, was ein Gegenüber zu sagen hat. Und ihr könnt ja dann auch immer noch entscheiden, wie ihr dann in Zukunft reagieren oder agieren werdet. Meine Lieben, das wird ja ein wunderschöner Sonntag laut den Karten. Und ich hoffe, dass die Legung auf viele zutrifft. Ich hoffe, ihr bleibt alle schön gesund und dann bis bald. Eure Helene Und dann bis bald.